In Biberach haben wir viele Bildungseinrichtungen. Also wir haben zum einen die Hochschule, also eine Einrichtung des Landes, die mit einem Campus hier in Innenstadt und einem Campus im Gewerbegebiet Aspach vertreten ist. Dann haben wir ganz viele städtische Einrichtungen, die sich wie eine Perlenkette um den Innenstadtring ziehen. Wir haben viele schöne modern ausgestattete Kindertageseinrichtungen, die verschiedene Schwerpunkte haben und damit eine Auswahl für die Eltern bieten. Außerdem investieren wir seit Jahren in neue Einrichtungen und Saniereneinrichtungen, wie beispielsweise der neue sechsgruppige Kindergarten im Hautoboschen. Der verfügt zudem über ein modernes Betreuungskonzept für Kinder von 1 bis 6 Jahren in familienartigen Gruppen. Bei unseren Grundschulen legen wir sehr großen Wert auf das Motto kurze Beine, kurze Wege. Und die weiterführenden Schulen konzentrieren sich hier in der Kernstadt und bieten alle Arten von Schulen an. So verfügen wir sogar über zwei städtische Gymnasien, die sich hervorragend ergänzen. Also das Besondere am Angebot hier in Biberach ist wirklich die Vielfältigkeit. Zum Beispiel haben wir eine Musikschule, die auch Seniorenangebote anbietet, aber auch für Kinder im Krabbelalter Angebote schafft oder ein Museum, das auch auf die unterschiedlichen Zielgruppen eingeht und die dann auch wieder miteinander zusammenarbeiten. Also so gibt es immer wieder Schnittstellen und ich finde, das macht wirklich Biberach tatsächlich auch aus, dass wir eine große Anzahl an Einrichtungen haben, die gut miteinander verflochten sind, ein gutes Netzwerk haben. Wir haben hier ganz, ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund, natürlich jetzt auch Kriegsflüchtlinge und viele Menschen aus anderen Ländern, die hier ihre Heimat suchen und hoffentlich auch finden werden. Und für diese Menschen bieten wir auch Deutsch- und Integrationskurse an, dass sie sich hier wirklich erden können, dass sie die deutsche Sprache beherrschen, um hier auch wirklich im Arbeitsmarkt einen Platz zu finden. Nach der Schule bietet Biberach weitere Möglichkeiten zur Ausbildung, Weiterbildung, Berufsbildung, zum Beispiel auch ergänzt durch unser Zimmerer Ausbildungszentrum oder das Hauchlerstudio im Stadtgebiet. Alles gemeinsam bietet dann die Möglichkeit für die starke Wirtschaft, ihre dringend benötigten Fachkräfte auszubilden. Fachkräfte auszubilden. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020